Seit sechs Jahren klemme ich mir regelmäßig an Wochenenden die Batterie ab, ziehe aber den Rest der Zeit mit Fitnessstudio und der dazugehörigen Ernährung durch. All die Jahre habe ich mich eine Sache gefragt, wie würde ich aussehen, wenn ich mir nicht jedes Wochenende die Füße rund trinken würde? Und deswegen habe ich genau das in den letzten vier Monaten mit zwei kleinen Ausnahmen gemacht. Und das Ergebnis hat mich selbst erschrocken. Natürlich kann man auch mit so einem Lifestyle einen guten Körper aufbauen, das predige ich ja auch immer. Da ich aber noch nie richtig diätet habe und sehen wollte, was ich da aus meinem Körper rausholen kann, habe ich mich vier Monate strikt ernährt und dazu ein hartes Training durchgezogen mit einem stetigen Kaloriendefizit. Im April bin ich mit 101 Kilogramm auf 1,80 Meter durchgestartet. Jetzt, fast fünf Monate später, habe ich 11 Kilo verloren und wiege nur noch 90 Kilo mit dieser Form. Hier sieht man schon, dass sich einiges verändert hat und vor allem meine Taille ist extrem schmal geworden und alles sieht wesentlich definierter aus. Also was können wir aus dem ganzen Experiment lernen? Richtig, wird wieder Zeit zu saufen.